Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein relativ kurzes wieder. Ich werde in den kommenden Tagen noch ein deutlich längeres veröffentlichen. Ich habe im Hintergrund an einem relativ langen Video gearbeitet, um einfach mal die ganzen Wirrungen und Irrungen der aktuellen Politik, gerade in Bezug auf Strom, Energie, etwas näher aufzugreifen. Unter anderem natürlich mit dabei Robert Habeck, den ich ein bisschen näher unter die Lupe nehmen werde. Was hier aktuell abgeliefert wird, ist einfach nur noch als irre zu bezeichnen. Alles andere kann man nicht mehr für ernst und für voll nehmen, was hier veranstaltet wird, was hier gemacht wird. Und das Video wird in den kommenden Tagen folgen. Heute geht es nochmal ganz kurz um die Wirtschaft, um die Politik auch, aber natürlich auch um die Inflation. Die letzten Tage hat sich wieder vieles getan, auch an den Märkten. Und das möchte ich ganz kurz aufgreifen. Ich werde auch wieder einen kleinen Marktausblick, die die kommenden Tage noch veröffentlichen. Bin aber noch nicht dazu gekommen. Und da passiert gerade so vieles. Und ich möchte das ein bisschen festhalten und eben aufzeigen, was mir auffällt. In diesem Sinne möchte ich gleich wieder beginnen. Aber zunächst natürlich, wie immer, der Haftungshinweis. Alles, was ich über die Aufzeichnung konto, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberaterung, eine Investmentempfehlung. Aber ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Zunächst noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich habe einen neuen Partner, daran habe ich jetzt viele, viele Wochen und Monate im Hintergrund gearbeitet, ist ActiveTrade. ist einer der ältesten CFD-Broker, die es am Markt gibt. Zuverlässiger Partner, eben aus London, also Great Britain, ein englischer Anbieter. Und der ist eben schon seit 2001 im Geschäft mehrfach ausgezeichnet. Und ja, ich unterrichte ja immer wieder gewisse Trading-Strategien. Und vor allem natürlich habe ich einen Cod-Kurs ja online. Wer sich auch dafür interessiert, kann ja mal bei mir auf der Webseite bayangold.com vorbeischauen. Und ich habe ja auch eine Discord-Gruppe, auch dort kann man mal vorbeischauen. Die ist kostenlos soweit. Wer aber im Cod-Kurs ist, wird natürlich exklusiv in die Cod-Gruppe noch mit aufgenommen. Und auf jeden Fall, die Trades muss man ja irgendwie umsetzen. Und ActiveTrades ist hierfür eine Möglichkeit, um diese Trades eben sinnvoll umzusetzen. Denn wer heute noch über einen klassischen Bank, Regionalbank handelt, der hat häufig sehr hohe Gebühren. Und diese Gebühren muss man erstmal reinholen. Und über CFD-Trading ist zumindest eine Möglichkeit. Viele können es sich halt im Future-Kontrakt nicht leisten. Aber CFD ist eine Zwischenlösung, sage ich jetzt mal. Die ist nicht optimal, aber auch nicht auf keinen Fall die schlechteste, sondern ein ganz gutes Instrument. Und wer eben noch kein Broker-Rich in dem Bereich hat, kann sich ja mal ActiveTrades anschauen. Ich würde mich freuen, denn wenn man über einen Link, den ich unten einstelle, in der Infobox ein Konto eröffnet, dann erhalte ich einen kleinen Anteil davon, von den Spread-Kosten. Würde mich sehr darüber freuen, weil es eine kleine Anerkennung und Dankeschön ist für meine Arbeit, die ich hier auf dem Kanal mache. Und wie gesagt, wie ich ohnehin noch einen Broker brauche, kann sich den einfach mal anschauen. Würde mich freuen. Und in Zukunft wird es übrigens exklusive Inhalte geben für alle Leute, die über meinen Link hier ein Konto eröffnet haben. Und dazu werde ich aber erst in den kommenden Wochen kommen. Dann werde ich ja aufzeigen, was ich hier bieten möchte. Und vielleicht gibt es ja dann noch mehr Interessenten. Wie er aber jetzt schon bereits abschließt, der kommt natürlich später genauso in den Genuss von den exklusiven Inhalten. Wie gesagt, möchte mich bedanken für alle, die das machen. Auch ein Demokonto kann man eröffnen übrigens. Auch hierfür ist dann Link unten dabei. Und man kann sich das ja mal in Ruhe angucken, ob das was für einen ist. Wie gesagt, das hilft einem sehr beim Traden. Einfach schon durch die Kostenstruktur. Rad Active Trade bietet extrem faire Kostenstruktur. Und was das Beste ist an der ganzen Geschichte, ich habe hier speziell unten UK verlinkt. Man könnte auch ein Konto auf den Bahamas eröffnen oder Luxemburg. Aber ich habe mich bewusst hier für UK entschieden. Warum? Es hat steuerliche Vorteile. Wenn man hier nämlich in Bayern deutschen Broker abschließt, nehmen wir mal an, mit Sitz, CMC Markets oder Consors oder Comdirect, die CFD Trading in Deutschland anbieten, hat man das Problem, dass der Staat sofort die berühmten 25% praktisch Steuern erhebt auf die Gewinne. Und UK ist das eben nicht der Fall. Hier kann man mit den Gewinnen weiter traden bis zum Ende des Jahres und muss dann am Ende des Jahres bei der Steuererklärung eben erst die Gewinne angeben. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, denn es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mit 25% weniger trade oder mit 25% mehr trade. So kann ich über das Jahr deutlich höhere Gewinne erzielen, weil ich einfach einen größeren Kapitalstock habe. Und dieser Vorteil ist einfach gigantisch und was natürlich noch hinzukommt, wenn mein Geld in UK ist, dann ist es erst mal aus dem Euroraum draußen. Und der Euroraum hat meiner Meinung nach größere Probleme wie UK. Und so hat man noch ein bisschen diversifiziert die Währungen und hat eben ein britisches Pfund noch im Depot, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Das sind mal so die Vorteile, die mir hierzu einfällen. Und wer Lust hat, wie gesagt, kann sich das einfach mal anziehen. Würde mich freuen. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Inhalt dieses Videos und der ist ja ganz interessant, denke ich mal. Mir fallen diese Woche nämlich einige Sachen auf. Es gab nämlich viele News und schon am Montag hatten wir ganz wichtige News. Das ist der IFO Geschäftsklimaindex. Und vorher hat er uns ja noch überrascht und jetzt ist er extrem schlechter geworden. Das ist die Prognose gewesen vom IFO Geschäftsklimaindex 87. Wirklich erreicht haben wir nur noch 84. Also kein Wunder, die Wirtschaft geht davon aus oder die Unternehmen gehen davon aus, dass die Wirtschaft immer extremer abschmieren wird in Deutschland, auch in Europa natürlich. Und ja, also eine kleine Katastrophe auf uns zukommt. Und deswegen fällt dieser IFO Geschäftsklimaindex extrem ab. Vorher hatten wir noch einen Wert von 88. Ich werde demnächst mal wieder eine Grafik dazu einstellen, vielleicht auf Instagram oder Twitter oder auf meinem Blog, wie sich der IFO Geschäftsklimaindex über einen längerfristigen Zeitraum entwickelt, damit man sieht, wie extrem ihr hier abstürzt. Das sind aber nicht nur die einzigen News, die wir diese Woche erhalten haben. Ganz, ganz wichtige News gab es eben auch gestern aus Deutschland. Also hier German German CPI, also die Inflationsrate für Deutschland. Und die liegt nun mittlerweile offiziell schon, offizielle Zahlen wohlgemerkt. Also wir können davon ausgehen, dass die Zahl in der Realität noch viel größer ist. Bei 10 Prozent. Ja, vorher lagen wir noch bei 7,9. Das muss man sich mal vorstellen. Also knapp 8 Prozent. Geschätzt wurde 9,4 Prozent. Und bereits jetzt vor dem Winter, ich will es nochmal erwähnen, vor dem Winter, jetzt haben wir noch gar nicht die Problematik mit Gas, Strom und so weiter dabei, sind wir jetzt schon bei 10 Prozent. Und mich verwundert es nicht mehr. Ich habe ja gesagt, die Erzeugerpreise, die sind ja mittlerweile exorbitant hoch. Wir sind ja mittlerweile über 40 Prozent. Die werden sich früher oder später eben bei den Konsumenten festlegen, diese hohen Preise. Und wir sehen es mittlerweile. Und es wird immer teurer für den normalen Deutschen, für den Verbraucher. Und ja, wird eine kleine Katastrophe. Freitag steht jetzt noch die Arbeitslosenzahlen an. Daher habe ich noch keine neue Grafik online stehen. Wird auch nochmal spannend, was hier rauskommt. Also ganz, ganz wichtige Zahlen und extreme Verschlechterung, wenn man so will, in allen Bereichen. Daraufhin ist natürlich auch gleich der Euro und der DAX nochmal extrem unter Druck gekommen. Und was ganz, ganz wichtig auch ist, diese Woche hat die britische Zentralbank, die englische Zentralbank eingegriffen in den Markt, da es von so extrem abgesackt ist gegenüber den Dollar. Und hier hat man erstmals interveniert. Das heißt, man beginnt jetzt schon wieder trotz der hohen Inflation mit Stützungskäufen, mit mehr Liquidität für die Märkte, um das Ganze wieder zu stabilisieren. Und genau das ist ja, was ich immer darauf hingewiesen habe. Die Zentralbanken sind fertig. Sie können nicht mehr. Sie müssen entweder die Inflation bekämpfen, was zur Folge hat, dass die Wirtschaft total einbrechen wird. Und natürlich auch ihre Währungen. Und ja, jetzt können sie nicht mehr anders. Jetzt beginnen sie bereits wieder mit Stützungskäufen. Es wird nicht mehr lange dauern. Dann wird auch die EZB intervenieren. Man munkelt auch, dass die japanische Zentralbank bereits vor ein, zwei Wochen interveniert hat. Hier ist bald Game Over, wem das noch immer nicht klar ist. Ja, was gibt es noch? Alles wird knapp. Zunächst war Gas knapp. Jetzt wird Strom knapp. Obwohl Habeck ja so schön sagte, wir haben kein Stromproblem. Wir haben nur Gasproblem. Diesel wird mittlerweile knapp. Darauf werde ich gleich kommen. Und das nächste, was knapp werden wird, wird Nahrung sein. Und vieles mehr, wie es Kohlensäure wird ja knapp für Getränke, für Bier. USB-Platten gibt es kaum noch auf dem Markt. Und, und, und. Das ist so ein bisschen die Reihenfolge. Und ich möchte aber nochmal drauf kommen, dass Diesel extrem knapp wird. Und zwar schon Mitte Oktober. Warum? 80 Prozent des Diesels, das in Österreich gebraucht wird, wird nämlich importiert. Und woher wohl? Vor allem Russland. 60 Prozent des Diesels, das die EU insgesamt braucht, wird ebenfalls importiert. Woher? Natürlich Russland. Und deswegen warnen die Tankstellen, geht der Diesel aus. Immer mehr Tankstellen geht der Diesel aus. Sind die Schlagzeilen aus OE24. Und ja, die Tankstellenbetreiber warnen, dass es bald kein Diesel mehr geben wird. Dass wir hier auf ein riesen Problem zusteuern. Und bereits jetzt wurden die Notreserven in Österreich angezapft und sind bereits um über einen Tag, ja, Tagesration schon wieder gesunken. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch das insgesamt, das Lage überhaupt nur noch ist. Und wenn es dann ab Mitte Oktober wirklich überhaupt keinen Diesel mehr gibt, dann wird es kritisch. Dann wird man die Reserven anzapfen. Dann hat man im Prinzip bis Dezember schon das komplette Gas verballert. Und ja, werden viele Autos stehen bleiben. Gerade da eben sehr viele Dieselfahrzeuge hier in Deutschland und Österreich fahren. Ja, klar, da diese ja gewerblich benutzt werden. Und deswegen gibt es natürlich in Deutschland so viele Diesel und natürlich auch in Österreich so viele Diesel. Und ja, wundert ja nicht. Und guess now, deswegen ist es aber auch ein Problem. Denn wenn eben gerade die wirtschaftlich genutzten Fahrzeuge stehen bleiben müssen, tja, dann wird es noch dreiergischer für die Wirtschaft in Deutschland. Dann fehlt nicht nur das Gas zum Heizen oder eben vielleicht um Gas zu nutzen, um Glas herzustellen oder sonst irgendwelche Anwendungen, wo man sehr große Hitze braucht. Dann geht es auch eben am Schienenverkehr, wird es dann wieder spannend. Eben für die Transportunternehmen und 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 und. Wird ein spannender Herbst, wird ein spannender Winter. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.